Hallo und herzlich willkommen liebe Freunde zu einem weiteren kleinen Video hier auf dem Kanal. Es ist schon relativ spät, das weiß ich, es ist jetzt schon fast 18 Uhr. Aber liebe Leute, ich habe mir gedacht, es muss heute einfach noch sein, dass ich hier das kurz raushaue. Und zwar, es wird heute leider kein HowStone Video geben, es wird heute auch leider kein Gwent Video geben. Das liegt einfach daran, dass es mir heute zeitlich einfach nicht gereicht hat, irgendwas aufzunehmen. Morgen ist der Plan wieder komplett normal, das heißt also, wir haben wieder ein Video vor der Stream-Einkündigung. Wir haben die Stream-Einkündigung und dann nicht zu vergessen, den Stream um 20 Uhr bis 20.30 Uhr. Und ja, ansonsten wird es wahrscheinlich ab Montag dann wieder in normalen Zügen weitergehen, möchte ich mal sagen. Wenn nicht sogar ein bisschen in erweiterten Zügen, weil ich ja dann Anfang am Montag, setze ich mich dann Montagmorgens hin, werde hier den kompletten Plan durcharbeiten, weil es wird sich ja einiges ändern hier auf dem Kanal, wo ich mich tatsächlich schon sehr, sehr drauf freue und ich hoffe ihr auch. Und ja, da hätte ich mal gesagt, liebe Leute, es tut mir wirklich leid, dass heute nichts kommt. Das hat mir einfach zeitlich nicht gereicht, ich entschuldige mich dafür vielmals natürlich. Ich hoffe trotzdem, dass wir uns morgen Abend im Stream sehen werden, das würde mich sehr, sehr freuen. Und ansonsten bei einem wunderschönen anderen Haarstone-Video oder bei anderen Videos. Haut rein, liebe Leute, ich bedanke mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Bis denn dann. Tschüss.